ja hallo hier ist wieder chloe ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zur chaos kolonie ich muss gerade selber erstmal einen moment hier wieder reinkommen ehrlich gesagt seit zwei tagen nicht aufgenommen da ist bei einem gehirn wie meinem fast ein neustart erforderlich da weiß ich nicht mehr so ganz viel also was ich noch weiß ist dass wir mit dieser rakete wieder losfliegen wollten hierher um uns job zu besorgen das zeug hier und da sollten wir eigentlich ziemlich startklar sein wenn ich das richtig auf dem schirm ein sauerstoff habe ich gerade schon gesehen ist voll hier ist sonst auch alles soweit fertig die leitungen sind alle da moment ob das hier so richtig ist wir ziehen das aus der pumpe dahin das hier ist so eigentlich nicht korrekt was passiert denn hier das ist die ausgangs amateur von da geht das gas raus und warum geht denn das co2 raus dass man gerade anschauen also hier ist nur sauerstoff drin und co2 geht ja eigentlich da aus der leitung raus also hier ist noch irgendwas nicht richtig das kann so nicht im sinne des erfinder sein also wir haben hier die gas ausgangs amateurs da ist ein bisschen kohlendioxid drin ok aber eigentlich sollte dieser gas abzug am ende der leitung stehen also sprich das müssen wir hier noch mal eben korrigieren diese leitung muss eigentlich so daran und diese geht dann zum gas abzug und das kommt dahin das heißt ein gas kommt hier raus läuft hier durch der sauerstoff wird erstmal in die schutzanzüge und wenn die voll sind dann kommt er hier raus wir werden ja hier den sauerstoff nicht so schnell verbrauchen als dass wir da mal kurze zeiten überbrücken konnten wo vielleicht die sauerstoff anzüge wieder aufgetankt werden also entweder habe ich jetzt einen großen denkfehler gerade oder ich hatte beim letzten mal einen denkfehler oder beides das kann auch sein beim letzten mal den fehler und jetzt ein denkfehler das ist auch noch eine mögliche szenario aber ich bin mir halbwegs sicher dass das nicht so ich bin allerdings auch ein stück weit irritiert warum das hier nicht ab und dass wir das punkt wahrscheinlich nicht ab weil der tank voll ist ja genau trotzdem verstehe ich nicht so recht warum hier kohlendioxid angekommen ist weil ich habe das ja im moment habe ich nicht sollte ich vielleicht noch einstellen auf nur sauerstoff ok lassen wir die leitung jetzt fertig bauen und dann fliegen wir damit los wir werden auf jeden fall heute uns oder ich werde mich hiermit noch ein bisschen beschäftigen mit der automatisierung dafür ihr habt mir dann noch einen ganz tollen denkanschluss geben manchmal ja sind gedanken auch ja die die kreative ideen manchmal doch besser das wollte ich eigentlich sagen und da war ich wohl nicht kreativ genug für eine lösung die ihr da hattet werde ich euch gleich zeigen beziehungsweise nur sagen die restliche lösung welche dann selber noch entwickeln müssen das könnte noch spannend werden aber erstmal möchte ich euch jetzt zeigen was hier so das obwohl das können wir jetzt im laufe des videos machen erst mal so das ding jetzt zerlegen und dann werden wir hier nach und nach bauen was so die lösung für die rakete ist ich kann noch nicht so ganz viel machen wobei doch so ein bisschen was kann ich ja schon mal bauen auch das ist noch nicht die perfekte lösung ich habe nämlich gelesen von euch nachdem ich dieses hier mir überlegt hatte dass ihr durchaus noch ein paar verbesserungsvorschläge hatte aber nachdem ich hier schon so ein bisschen zeit investiert hatte um das ganze zu bauen wollte ich jetzt nicht noch mal noch mal komplett in angriff nehmen und macht deswegen eben jetzt erst mal so fertig ich packe hier einfach mal so die ganzen sachen aus dem gedächtnis nicht ich hab schon mein handy vor mir liegen mit einem bild aber ohne dass ich schon alle sachen reinbauen kann ich ja hier schon mal ein bisschen was zumindest machen schutz und zuck so dann lassen wir das erstmal bauen ich möchte sowieso erstmal lieber jetzt gerade hier unsere rakete starten das dürftest du gewesen sein ist ja jetzt alles gebaut ja ok dann stopp der hier ist noch nicht befüllt das müssen wir vielleicht noch mal machen und die wasserleitung das passt alles noch so ok warum müssen wir hier hat da ist doch noch bleistein dann okay da habe ich nichts gesagt wird nur irgendwie nicht angezeigt warum auch immer dann null kalorien da sind zehn kilogramm drin 10,6 das ist jetzt nicht unfassbar viel haben wir hier in irgendeiner form bärenmatsch haben wir auch nicht was natürlich daran liegt das thema hatten wir vor einigen videos schon mal dass unsere dorten blüten nicht mehr wachsen weil sie kein wasser mehr bekommen weil ich das ganze hier ausgeschaltet habe das können wir jetzt aber mal wieder einschalten weil wir haben ja jetzt hier ein nachschub an wasser ja dann wird das auch wieder wieder besser gucken wir uns doch mal eben an wieviel kalorien das sind wenn wir 42.000 ja das ist jetzt nicht unfassbar viel ne ich bitte gerne noch ein bisschen gerade bei zwei duplikanten obwohl er hat das ist doch das ist doch ja doch das ist doch eine ganze menge ok dann machen wir es doch wir fliegen nach dort unsere besatzung ist noch eingestellt dann packen wir die hier rein und starten sobald die besatzung da ist ok sind wir unterwegs dann kommen wir jetzt hier einmal noch die dafür brauchen wir keine pause die anzüge ablegen dann schicken wir dich einfach nach da wir stellen die station schon mal ein nicht dass ich das später vergessen ja das passt alles noch wunderbar die tische sind da toilette ist alles eingeschaltet jetzt wird auch die der hand desinfizierer wieder richtig angezeigt und jetzt nur erstmal den ganzen sauerstoff wir verbrauchen das ist natürlich klar über zehn kilogramm pro feld geplatzte trommelfälle aber da müssen wir durch jetzt habe ich dummerweise das ganze gesperrt machen wir erst das wir machen erst das fertig bevor ich mit der automatisierung anfangen so jetzt wird der rest wahrscheinlich wenig überraschend also hier kommt natürlich eine hand desinfizierer hin eine wandtoilette wie gehabt nach dort das spielchen kennen wir schon so dann können wir hier oben noch zwei kantinentische hinpacken jetzt hatte ich einen denkfehler ich habe hier trotzdem einen wasser kühler reingemacht das ist natürlich quatsch weil den brauchen wir hier nicht weil wir haben ja sowieso keine große halle deswegen können wir uns auch den wasser kühler sparen dann brauchen wir dafür stattdessen hier zwei skulpturen rein so dann braucht es hier unten noch die beiden wetten kann man jetzt bauen wie man möchte ich packe die mal jeweils nach außen dann kann man nämlich auch hier noch wieder eine skulptur zwischen packen so und dann brauchen wir noch den ein paar anschlüsse für die rakete einmal den stromanschluss den habe ich jetzt hier den kann man sicherlich auch woanders hin packen aber das ist erstmal das so wie ich es gemacht habe dann die pumpe die mini gas pumpe packen hier unten hin damit die wieder ganz unten saugen können und jetzt muss ich mal gerade überlegen wir haben einmal dass die eingangs armatur die können wir einfach dahin packen und wir haben die ausgangs armatur für gase die packen wir dahin dann braucht es noch einen gas abzug und das ist jetzt ziemlich simpel wir schließen einfach die gas pumpe die schließen wir da direkt an weil wir müssen das gar nicht vorher herausfiltern das war natürlich quatsch und sauerstoff der aus dem tank rauskommt der noch zu bauen ist schicken wir erst durch die schutzanzüge und dann auch da an den auslass so habe ich jetzt an alles gedacht ein paar kleinigkeiten fehlen noch ja aber die grundlegenden dinge sind gebaut strom brauchen wir einmal hier für den kühlschrank brauchen wir den nicht ja da kann man also ein paar übliche verdächtige bauen die wir sonst auch immer am start haben und zwar deckenleisten hier und da das dürfte ist so ziemlich ich kann da noch zwei hin bauen aber da war eigentlich meine idee hier einen großen marmor block hin zu packen achso unsere wasserleitung fehlt noch jetzt muss ich gerade mal überlegen das hier eigentlich muss es ja von da weg gehen korrekt ich weiß jetzt nicht mehr wie ich das beim letzten mal gemacht habe und auch nicht ob ich durch die außenwände durch gehe aber auch das hier ist eigentlich dann mehr als genügend wasser für das was wir brauchen das war doch eine durchaus gute variante ja so haben wir hier dann eigentlich alle sachen die wir brauchen in der rakete untergebracht fehlt noch die kontrollstelle nach aber die baum war als letztes und wir haben alle drei raum boni wir haben hier unseren waschraum wir haben hier unseren speisesaal und wir haben hier unsere baracke und wir können trotzdem gas abpumpen also ist alles erledigt was wir wollen was ihr mir noch an ideen gebracht habt die habe ich leider erst gesehen nachdem ich es ausgetüftelt hatte habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt das leiterbett ist natürlich auch bombastisch für genau diese geschichte weil man könnte hier auch einfach einen schlafzimmer vielleicht hochkant reinbauen das werde ich bei gelegenheit vielleicht noch mal ausprobieren aber ich wollte jetzt erstmal dieses konzept euch vorstellen kritik wie immer gerne angenommen und ja mit dem leiterbett da kann man halt schon schöne dinge glaube ich machen wenn ich jetzt als beispiel hier einen leiterbett hingebaut hätte würde ich hier nicht die ganzen türen brauchen um in die verschiedenen bereiche rein zu kommen da kommt man hier schon mal hoch da hätte man den bereich ist schon mal anders handhaben können und mal gucken vielleicht gibt es da noch ein paar schöne lösungen wie man das dann alternativ machen kann aber erstmal sind wir jetzt ganz gut vorbereitet würde ich sagen ja ok dann geht es jetzt gleich an den stopp ich muss erstmal gucken ob wie weit unsere rakete ist da will ich dann ja wenn ich so ganz viel zeit verlieren noch wie weit noch 0,90 0,8 ok dann wird es jetzt ach autos sei ich wollte gerade sagen jetzt wird es kriminell für mich weil ich muss mir ja jetzt hier folgendes überlegen und zwar haben wir hier einmal einen flüssigkeitszählerventil und das hat einen ausgang und da muss ich jetzt mal das wird jetzt wieder sehr tricky weil ich mich weil ich mit sachen rumspielen muss mit denen ich mich wenig bis gar nicht auskenne aber nachdem es ja beim letzten mal schon geheißen hat ich möge das bitte im video ausprobieren machen wir das jetzt auch also ich glaube wir werden den signalzähler brauchen aber wir sind jetzt auch nicht stopp wir sollten erstmal darüber reden was ihr mir für einen tollen vorschlag gemacht habt wir brauchen ja hier 1800 kilogramm hatten wir festgestellt und das müssen wir ja wenn ich hier rein pumpen jetzt hatte ich ja gedacht da müssten wir mit 500 und mit 300 machen aber wir können ja einfach das auf 450 aufteilen ich weiß nicht warum ich selber nicht diese geniale wie einfache idee hatte eigentlich weiß ich das schon warum ich diese idee nicht selber hatte aber ich kann ja mal so tun als ob ja also finde ich sehr genial die idee das einfach auf 450 dann zu stellen und es zu nutzen erstmal würde ich aber jetzt ganz gerne noch diese betankung hier einmal vorführen wobei das ganze setzt dann ja auch noch das ist glaube ich mein gedanke ist glaube ich sowieso nicht schlau weil das würde ja voraussetzen dass jedes mal wenn unsere rakete zurückkommt der tank auch noch völlig leer ist das heißt ich müsste dann bei der betankung ausrechnen wie viel platz wir haben und das dann durch vier teilen und hier einstellen ja könnte ich auch machen das auch eine gute idee okay aber erstmal jetzt brauchen wir einmal noch 900 kilogramm das heißt wir starten mit 500 setzen den zähler zurück ich schalte das hier mal eben ein und wir machen das ganze noch mal manuell glaube ungefähr 400 jetzt können wir es glaube ich schon ausschalten ja ja war es vielleicht doch ein bisschen zu wenig ne genau 500 kilogramm wow ne punktlandung so dann machen wir jetzt hier einmal noch 400 schalten nochmal ein ach ja ja guten morgen gucken ob das wieder eine punktlandung wird fast so okay damit ist die jetzt gleich voll betankt und wir haben eine unfassbare reichweite da sollte gleich 32 felder stehen ja tatsächlich aber wieso nur 1660 habe ich irgendwo ein denkfehler 900 900 ist vielleicht ein anzeige fehler weil ich da mit der maus drüber 1832 felder reichweite perfekt okay so dann gehen wir jetzt gleich daran aber bevor wir das machen wollte ich kurz schauen unsere dornenblüten wachsen wieder das dürfte dann jetzt nach und nach dafür sorgen dass wir gleich wieder beerenmatsch herstellen können mal kurz schauen knorpelbeere ist nach wie vor ne dornenbeere habe ich erlaubt das beenden wir mal da ist beerenmatsch okay das passt dann alles okay so dann kommen wir jetzt hier drauf da haben wir jetzt ein bisschen das ist auch fast leer jetzt hier ein bisschen rumtricksen und zwar passiert hier folgendes wieso hast du hier eine sauerei gemacht ach wir sind schon gelandet das wischen wir bitte einmal auf so und dann können wir jetzt hierher gehen und hatte ich nicht irgendwo ne hatte ich tatsächlich nicht dann machen wir das nochmal hier würde ich hier ganz gerne einen flaschenentleerer bauen aber ich sehe gerade wir haben dafür kein material das kann ich ja achso ja logisch weil noch niemand raus darf jetzt können wir das dann bauen wir hier einen flaschenentleerer rein wo wir dann einfach das verschmutzte wasser gleich auskippen können dass wir nicht gleich jede menge verschmutzten sauerstoff hier in der rakete haben der ist schon eingeschaltet sehr gut so dann bauen wir da den nächsten auftrag rein diesen hier können wir öffnen damit das funktioniert und dann habt ihr erstmal ein paar sachen zum bauen einiges muss geöffnet werden ein bisschen muss oder kann hier gebaut werden ja das macht man jetzt und jetzt machen wir hier das was ich tatsächlich wollte und zwar müssten wir erstmal an von diesem ausgang an den eingang ein signal packen damit wir den signal zähler hier hoch zählen können das wird spannend das kann ich schon mal verraten spannend lustig und garantiert ein paar mal falsch vielleicht sollte ich erstmal ausprobieren wie dieses ding hier grundsätzlich funktioniert so dadurch dass wir den jetzt schon einmal hoch gezählt haben hat er jetzt den hier schon mal auf 1 gestellt okay das setzen wir jetzt auch mal zurück wenn der hier wenn da jetzt wieder 450 kg durchlaufen würden also mal angenommen wir stellen das hier ein 450 kg dann sobald die erreicht werden stellt er den auf grün und der zähler geht hier auf 1 hoch und sendet ein grünes signal wenn der zähler mit dem ausgewählten wert übereinstimmt andernfalls wird ein rotes signal gesendet ok ok das bedeutet ich habe mal überlegen also der wird solange der nicht die 4 die ich hier wünsche erreicht hat setzt er immer ein rotes signal aus mit dem roten signal kann ich den zähler aber nicht zurücksetzen sondern nur mit dem grünen bedeutet wir müssten hier wir müssten hier eine nichtgatter zwischensetzen korrekt dann würde der immer wieder ja eigentlich sollte das genau so funktionieren oder ein moment aber das ist nicht richtig der würde dann ja jetzt permanent diesen zähler zurücksetzen oder ich kann euch schon verraten ich glaube das video wird enden ohne dass das fertig ist da wenn das auf 450 kg steht stellen wir das ganze doch mal ein auf langsame geschwindigkeit wir starten das ganze jetzt und schauen uns an was hier passiert so da geht jetzt ein bisschen was durch aber der zähler zählt nicht weil er die ganze zeit wieder auf naja der wird halt die ganze zeit wieder zurück gesetzt also ist das totaler blödsinn was ich hier gemacht habe ok 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 ich glaube was wir hier so ich versuche das gerade mal im kopf durchzugehen was wir machen müssen wir müssten im grunde folgendes machen diese verbindung bleibt diese hier können wir so erstmal rausnehmen was wir dann brauchen werden ist eine verbindung also wenn diese hier wird ja auf grün springen dann geht der zähler einen hoch und wenn das passiert dann sollten wir von hier den impuls geben der diesen zähler auch zurücksetzt allerdings nur solange das signal hier rot ist das heißt dann müssen wir von hier und von hier mit einem und gatter arbeiten und sobald dieser hier um springt kann der hier den nicht mehr zurücksetzen so müssten was im grunde machen ich hoffe dass man mir folgen konnte und b hoffe ich dass das so richtig ist aber glaube ich bin da nicht so ganz auf dem holzweg dann würde ich hier einfach um da ein bisschen platz für die automatisierung zu bekommen dass den auslauf hier abreißen und ich tendiere echt dazu das ganze hier doch wieder in den raum zurückzuführen was wir an überschüssigen zeugs haben das ist ja jetzt kein hexenwerk was wir dafür bräuchten ich versuche das mal zu bauen wir brauchen eine gasbrücke die bauen wir dorthin und wir bauen hier eine hin so dann könnten wir hier das aufschneiden wir könnten das hier aufschneiden und das was von hier kommt können wir so zurück hier über den auslauf führen müssten wir hier einmal aufmachen da kommt wahrscheinlich sauerstoff rein aber das wissen wir inzwischen dass das nicht wirklich ein problem ist wenn das passiert einzige was wir jetzt als problem haben es ist noch ein bisschen zu warm und das gas kühlt nicht also wasserstoff kühlt nicht schnell genug aber grundsätzlich können und werden wir das hier so umbauen dann kommt das isolierte rohr hierhin wird geändert machen wir da noch eine leiter hin dass das auch passt mit dem bauen dass wir da rankommen ok so jetzt kommen wir hierher zurück also was ich machen wollte ist einmal ausgang der dahin geht und wir haben von hier einen da muss ich noch mal überlegen ob wir da noch vielleicht einen nichtgatter brauchen da habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht so da brauchen wir hier einen und gatter und nur wenn beide grün sind dann geben wir nach da ein signal ja das heißt wir brauchen tatsächlich hier eine nichtgatter so jetzt können wir das hier gleich mal einfach nur mit einer ganz kleinen zahl testen ach so wahrscheinlich war noch ein bisschen was in der leitung und das hat jetzt hoch gezählt schon auf 1 kann ich nochmal alles zurücksetzen zurücksetzen ach so ne der ist auf grün gesprungen weil schon 32 kg durch war und die das nicht gelöscht hatte ok dann so schauen wir hier nochmal hin wie weit wir hier sind das wird alles gebaut ach mensch das habe ich auch falsch gemacht ich muss den öffnen und nicht auf ja guten morgen ich hatte den eingestellt dass da niemand durch darf aber das ist natürlich quatsch ich muss den auf öffnen schnell dann können wir jetzt hier weiter bauen ja 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 Ich muss ein bisschen im Auge behalten, wie viel Stahl wir haben, aber nee, brauche ich doch nicht, wir haben genug, so, dann müssen wir hier, eieiei, vorsichtig, so, ihr seht jetzt hier schon, wie hoch die Lava hier jetzt schon gestiegen ist, das hätte hier möglicherweise schon für Ziegel gesorgt, die da durchbrochen sind, das ist jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Jetzt müssen hier aber auch mal die Außen wieder gebaut werden, weil sonst passiert hier gleich genau das, wovon ich gerade sprach, dann wird die Tür gleich geöffnet, um durch den Nächsten durchzugehen und dann haben wir ein Problem. Genau das meinte ich. Okay, das ist Gott sei Dank nochmal halbwegs gut gegangen. Ich glaube aber, einer von euch beiden hier hat durchaus ein paar Verbrennungen davon getragen. Das ist, glaube ich, ziemlich gut gegangen und auch mal Glück gehabt. Aber hier schon 10, 11.000 Kalorien weg, das geht schon, schon zügig. Ja, sollte dann aber gleich nicht nochmal passieren, aber das war gerade schon echt knapp, äh knapp. So, hier ist jetzt alles fertig gebaut. Dann würde ich fast sagen, er stopft, ich habe das hier noch nicht fertig gebaut. Aber wir haben jetzt den meisten Wasserstoff da weg, dann machen wir das jetzt nochmal eben. Dafür zerlegen wir diesen einen Ziegel und ich hoffe sehr... Ah, das ist super kühl mittel, nein, das war jetzt nicht so schlau. Das schließen wir... Genau, jetzt ist es besser. So, weil ich möchte natürlich... Ich muss jetzt eigentlich gerade ein bisschen das mit Priorität machen, oder? So. Leitung umbauen, Auslauf bauen mit Prio 8 und dann machen wir es wieder dicht. Ja, das hat jetzt gut geklappt. Die, das was ihr hier zwischendurch an festem Material seht, was da dann runterfällt, das war ein jeweils Sauerstoff, das dann direkt gefroren ist. Ne, das hat doch jetzt erstaunlich gut funktioniert. Jetzt würde ich mal auf eine langsame Geschwindigkeit das Ganze nochmal eben kurz testen. So, nochmal eben hier checken. Der steht auf 1 Kilogramm. Das heißt, der hier müsste jetzt rechtzügig hochzellen. Okay, der fängt immer wieder von vorne an. Jetzt muss ich mal eben schauen, warum das passiert. Okay, weil wir hier noch eine Überschneidung haben. Hier, jetzt ist alles grün. Ich verstehe nicht so ganz, warum sich der hier jetzt zurücksetzt. Sendet ein grünes Signal, wenn die Anzahl erreicht ist. So, und jetzt dürfte doch... Ja, ich bin gerade überfordert. Ich verstehe es nicht richtig. Aber da die Folge jetzt schon zu lang ist, würde ich jetzt lieber dann zu Ende kommen. Und wir spielen beim nächsten Mal weiter. Ihr könnt mir gerne schon was dazu schreiben. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es schaffe, mir das durchzulesen. Bevor ich die nächste Aufnahme mache, muss ich mal gucken, wie das zeitlich funktioniert. Ja, vielleicht auch doch. Schauen wir mal. Zum Streamen kann ich euch noch nicht so ganz viel sagen. Ehrlich gesagt, es ist diese Woche ziemlich, ziemlich chaotisch bei mir. Dass es bislang nicht geklappt hat, habt ihr ja schon gesehen. Donnerstag wird es wahrscheinlich auch schwierig. Tendenziell kann es sein, dass ich Freitagabend streamen werde. Aber auch da weiß ich nicht genau, wie spät ich zurück bin. Und muss ich mal schauen. Außerdem würde ich da mit Conny in Konflikt kommen, weil er dann auch streamt. Aber, ja, dass das früher oder später mal passieren kann, wussten wir ja. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht genau. Sobald ich euch was sagen kann, werde ich das auf jeden Fall tun. Momentan geht es leider noch nicht. Ansonsten, ja, lasst gerne ein Like da und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir gerne eben einen Kommentar. Und, ja, lasst mich wissen, was blöd war, was nicht so gut war. Und vielleicht kann ich es ja beim nächsten Mal besser machen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss. Tschüss.